So, jetzt sind wir mal hier auf diesem Schliff. Wir wollten jetzt mal den Weißen Hai versuchen zu kriegen. Mit von der Partie haben wir hier David, Dana und meiner Einer. Die ersten vier, glaube ich, waren das Megadolons, haben wir jetzt gepackt. Jetzt wollen wir den letzten, den Ghost. Da sind noch ein paar andere dazu gekommen, die sind dann nach Dings eingegangen. Wie heißt das? Ein Bündnis eingegangen, genau. Ja, warte. Warte, bis wo du anfängst. So, jetzt bin ich auch da. Nach zweieinhalb Jahren haben wir es endlich geschafft. Durch das Update können wir jetzt scheinbar den German Ghost endlich mal machen. Und wir lassen uns überraschen. Wir haben jetzt die ganzen vier Stück schon vorbereitet. Da ist ja noch eine Crew dazu gekommen. Bündnis Los Gates. Okay. Ich nehme an. So, guck mal, wir spielen alle hier. Wow, geil. Oh, die Flamme geht an. David, bist du noch da? Ah, wir müssen von hier aus, müssen wir ballern. Wir müssen von hier aus. Wir müssen. Unser. Hä? Fire! Usch. Just der weiße, ich sehe den. Ich sehe den. Müssen wir denn nicht von dem Schiff ausschießen oder von unserem Schiff? ja ja der ist schließen die auf unseren schiff ja die die ja 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 meine frage ist müssen wir auf diesen einen schiff drauf um den abzubringen weil die alle da drauf sind das ist schon an der sprache ja kinder wenn wir nach wieder nach links fahren müssen das ist doch hier grobe ich treffe den andauernd den weißen hier ne da schon wieder wieder und wieder und wieder und wieder jetzt kommen noch hier diese jetzt geht es los das geht mir natürlich auch noch auf der im moment nicht ein schiff habe ich weg der ist noch zu weit das kann ja was werden der weiße mega los wird irgendwo dazwischen ja ich kann nicht ja 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 alles klar ja dann habe ich ja 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 so ich habe hier die löser zu kommen ja nicht aus die kommen aber wieder links rechts geradeaus und getroffen mein nicht getroffen er ist so weit weg Die W-Ringländer. Das feint doch nicht immer so. Ah, ich hoffe, wir sind schon gut. Ego. So, schon wieder da. Oh, rechts hier. Okay, den habe ich. Nein, noch einmal. Jetzt habe ich ihn. Ich gehöre mich einfach nur ums Steuern. Ja, ja, ja. Ja. So viele... ...Scheiter von den scheiß Geisten, die diese Schiffe abkriegen. ... 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 bei uns steubert voraus und auch kriegst wenn ich mal näher ran da ich will nicht so weit weg kommen über aber ich habe das gefühl der kommt erst wenn die schiffe wieder kurz weg sind weiß weiter weiß er wieder ich bin erwischt Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. du bist du gut ja ja ich weiß ich kann nicht schießt ja ganz schießt das schiff ach ich war ich bin aus dem wasser ich bin aus dem wasser und im wasser ich krieg das schiff nicht verdammt ich krieg das schiff nicht er hat mich voll erwischt da kommt schon kommt und kommt und kommt und kommt und kommt und kommt alles klar okay hier flicken ich mache schon hier danach über zwei decke fahren das geht ja nicht anders wie du am steuer wir machen das hier scheiß hier weg da natürlich entticken ich mache den kass weg hier so läuft man denn noch so toll hier dann auch rein ja ich mache ja ich dachte ich jeder muss weg sagt euch macht die löcher zu ich hasse diesen schiff nicht oft genug sagen meine kamera nicht angeht das funktioniert nicht mehr so wie soll steigt an der wand aus das ist ein absolut kacke eigentlich aber na gut ich glaube die kann jonas wohl zerstört ne die fährt da hinten rum ach warum schießt ich habe nur kein ja ich bin schon ich bin schon ich bin schon kommt schon kommt schon kommt ja den habe ich das und feuer auf ach komm Ups, blödes Ding. Was war das? Jop, den haben wir. Was auf der Natur ist, ist nicht egal. Das bin ich gar nicht. Was ist das für eine Musik? Ich denke mal, weil hier alles ist. Gerade Geister-Schiffe und ... ... und das. Kann das sein, dass wir jetzt irgendwie Hilfe kriegen? Weil ich sehe nur grün. Finale wahrscheinlich. Kann auch sein, ja. Was? Finale. Ah, die Siegplem hat es gar nicht. Ja, okay. Hier, das mit den Zertekten. Ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist das Hauptschiff von denen. Ich komme nicht dran, ich komme nicht dran. Ja, aber gar nicht. Jetzt, 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 Achtung, Feuer. Ja, den haben wir. Ja. Ein Geister-Schuss noch. Ja. Komm, komm mal hin, also. Komm mal hin. Ja, ich komme. Kanonkuchen. Läger los. Ah, da, ja, okay. Komm mal hin. Komm mal hin. Komm mal hin. Ja, meine Kugel. Ich habe ihn noch erwischt. Das Geister-Schiff war ein Steuerwort. Hey, ich nehme den mega los. Ja, das Geister-Schiff. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Komm, 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 komm. Okay, Feuer. Jawoll, den habe ich. Boah, das war's. Ey! Wo fliegen die denn hin? Boah, wo fliegen die denn hin? Ich habe keine Kanonkugel mehr. Ah, der Mega ist direkt da. Das war jetzt geil. Ich habe keine Kugel noch. Oh. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Oh, warte, ich komm. Ja, mit deiner Ferne kann ich nicht schütteln. Mit der Uhr auch nicht. Das ist Aufregung. Oh, guck mal. Der Mega-Dreck hier vor uns. Oh, oh. Jo, den habe ich auch. Und da kommt das Nächste. Steine. 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 Oh, der ist zu dicht. Ich komm nicht ran. Ist auch einfach. Ist auch einfach draußen. Hab ich doch. Jo, den haben wir. Ja. Oh, einer muss schopfen. Ja. Ah. Ohohoho. Ach, wieder. Oh, auf jeden Fall sehr chaotisch. Aber es geht. Vor allem mit Maus und Tastatur, das ist ja gar nicht so meins, habe ich ja schon gesagt. Da muss ich jetzt durch. Ansonsten. Ach, das war so weit voll. Ach, das war so weit voll. Ich denke mal, es ist auch jetzt gerade einfach so großartig. ja ja ich hab ja auch oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Du kriegst ja hier von allen Seiten einen Akku auch mal geschafft geschafft, ja die Reihe wurde erlangt jetzt den Megalon jetzt auch knapp gemacht weiß ich nicht, also ich hab hier keine Bestätigung also zumindest tatsächlich abgeschlossen, deine Kosmetik da wurde ein Titel hinzugefügt, wir sind die weißen Thunfischkiller und was ist jetzt? keine Ahnung, das war's wohl aber wo ist er, wo ist er ja, das ist die Frage aber wohl zuletzt hab ich ihn bei der scharlöpigen Dinge ja vielleicht brauchen wir auch nichts mehr aber wir müssen, nee, wir müssen gar nichts doch, ich hab immer noch hier den Auftrag ne schließe das schließe das Ritual ab das zum vor und habe wir auch noch den Auftrag mal kurz angesetzen oder was immer rüber da ist kommunika die ohne geht unter immer der mast hoch und die lakern steuerbord das ganze lud da habe ich zumindest gerade was gesehen ist überall diese geisterte ja das war ihr normales tun aber ich gehe mal zu der alten markt jetzt sagt schön dass du hier bist dieses ritual läuft nicht nach plan sind drei oder vier kisten ist es vorbei haben wir den schleier gefunden soll ich mal anklicken ok mit welle sprechen geschafft du hast den charit gut gezwungen kapitel 3 ach jetzt kommt man hier am schiff da kommt der kapitän der labert jetzt der engländer dieser weise der damals mit den schwert die schädel immer da jetzt kriege ich jetzt kriege ich eine maske oder so es ist unvollständig schleier steine fehlen der peter der wohl essen muskler was los das geht doch weiter wir haben wir mal ich glaube das können wir beim nächsten mal machen ja ja das wird jetzt sowieso nichts gemacht das sind noch zu ende labern das ist nämlich schon das nächste dann mit der maske dort wird der sicher aufgehoben sein der lort kennt bestimmt gute seefahrer die sich einer solche lange legendären seefahrt widmen wir sehen uns wieder ich gehe zurück nach goldensand die leute da brauchen bestimmt ein bisschen hilfe beim wiederaufbau deine reise ist also noch nicht vorbei danke für deine hilfe bisher der kampf um die seele des sea of seas kann nicht in einer einzelnen schlacht gewonnen werden aber jene kleine tat hilft uns gegen flammen hart und die seine lebewohl wir haben es geschafft herzlichen glückwunsch ein mentor des abends wurde der schiffsbauer truhe hinzugefügt wir haben jetzt noch was dafür das schiff gekriegt abgeschlossen sehr gut ja wie gesagt nach zweieinhalb jahren endlich mal den show mit groß gesehen ehrlich sieht so was von geil es war mit unterstützung aber ist ja völlig wurscht ich glaube und der ist wie er normal wie kommt man da jetzt sind das andere menü rein hier doch es geht es geht nicht wir wollen mit uns weitermachen hat kein bock drauf so wenn ich jetzt auf gug hat und ist alles weg ja okay aber nur noch die eine jetzt ist das andere hier wo ist denn das hier ansehen nein wo man sehen konnte was man das abgeschlossen hat ja mal weniger labern ansehen genau und da was ist es ansehen das schreibt glaube ich ich hatte nicht die raten lockt buch abenteuer der jäger ruft du hast den schleier geborgen aber die steine die ihm seine macht verliegen haben sind noch verschollen die piraten lords können gleich helfen pentagon hat dir versprochen in den schleier das ist doch eigentlich ist doch hier bei bei legendär oder nicht da sind die ganzen legende da ist jetzt ein zahn gelb bei legende abenteuer und eine legende zu abenteuer besiege den 25 mal normalen zehnmal oder 50 mal also ich gehe auf dann geht es uns mal den schul und große raten lockt und dann ansehen genau piraten obbuch ich mache es auch noch mal piraten und buch ansehen und dann scrollst du noch ganz hinten zu anbremsen da auf belobigungen ja und dann in die mitte rein auf seite an die zwei von vier da sind ja ja der lila der graue der gelbe und der schuldet groß ist ja noch dieses links drin aber es als ein zahlen ist schon drin weil wir ihn ja jetzt einmal besiegt haben ach so ja ich habe legendäre jäger fans großes großes bei mir eine kette durch ja aber du siehst ja das ist geld markiert ist im hintergrund ist ja trotzdem schon ein gelber zahn ach ja doch ja jetzt sehe ich das auf einmal an maul ok wie ob müssen wir den bezwingen fünf mal fünf mal aber hier nach zweieinhalb jahren reicht einmal ich mache jetzt noch mal richtig ich denke mal der wird jetzt wohl regelmäßig kommen ja der wird auch drin bleiben aber egal in diesem sinne wünsche ich euch auf jeden fall viel spaß noch nichts mal wenn wir wieder was neues entdeckt haben bis dahin und wie gesagt ein abo wäre nicht schlecht daumen nach oben wäre mir recht da unten erkennt mich ein feedback in die kommentare in diesem sinne wünsche ich noch einen schönen resttag bei bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao